hurra jetzt haben wir auch ein bild und damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich hoffe ihr hattet ein cooles pfingstwochenende so schick war es ja vom wetter her jetzt nicht aber ich meine man konnte ja trotzdem so ein bisschen was machen und vor allem konnte man ein bisschen clash of clans spielen ja ich bin wieder am start ich habe mich mit dem einen oder anderen account wieder auf grün gestellt und diesmal war ich es nicht also diesmal war ich nicht deswegen steht auch so im titel drin diesmal war ich es nicht also ich war ja jetzt häufig mal der schuldige der hier ja nicht so nicht angriffspakt hatte oder sowas und und sie die klarkriege vermasselt hat aber dieses mal war es nicht mal unser lock ist glutrot leute naja glutrot geht noch viermal am stück verloren auch gegen die dach olis und eigentlich hätte man gewonnen 86 40 prozent zu 85 10 prozent uns haben nur zwei sterne gefehlt und die beiden sterne sind aber wohl ja nicht gemacht worden also hier hätten wir den ein sage ich jetzt mal noch 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 bringen können und vielleicht den auch noch bringen können ja ich schaff's nicht mal mehr mit meinem 14 13 er zu legen was natürlich auch ein bisschen bisschen dusselig ist vor allen dingen wenn man sich die base anguckt mit dem 1er adler und ja das kann man besser machen das kann in jedem fall etwas besser machen aber ich lasse euch den angriff einfach mal einfach mal abspielen heiler haben glücklicherweise doch noch gewechselt auf die queen denn die flogen wir schon wieder weg da hinten auf den auf den eti und aber queen geht jetzt doch noch den richtigeren weg nachdem der bogenschützen turm auch weg ist und naja ich bin halt ja ich bin ich will ich will nicht sagen ich bin beginner aber ich muss mich erst mal wieder so ein bisschen einschießen und da kam mir natürlich so 13 eigentlich ganz ganz recht denn gleich offen 14 zu gehen für mich jetzt weniger gespielt hat ziemlich heftig und deswegen habe ich gedacht machst du erstmal den hier und dass ich überhaupt die 95 prozent geschafft habe das hatte ich auch nicht auch nicht gesehen denn meine heiler switchen später auf den auf den hybrid part so dass ich doch noch irgendwo ein bisschen glück hatte aber jedes mal ich habe ziemlich häufig in den klarkriegen jetzt immer meine 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 queen zu lieber weise verloren bei zwei angriffen habe ich den gift nicht nicht getroffen man trifft einfach mal den gift nicht und das ist mir mit meinem 13er passiert gift nicht getroffen hexes bond ohne ende skelette und ich richtig weg und irgendwann steht mir dann die queen weg und was natürlich ein bisschen schade ist aber was willst du machen also hybrid part kommt hier über die 9 uhr seite und geht richtung rathaus da habe ich dann auch ein bisschen lack gehabt ich habe doch den royal champion mal mit dazu gesetzt denn das ich habe auch erst gedacht das rathaus fällt nicht und das rathaus fällt nicht tatsächlich nicht leute das rathaus fällt nicht der heilsbringer ist nämlich jemand anders gewesen am rathaus und frost auch ein bisschen zu spät würde würde ich jetzt mal so sagen für die verhältnisse hier und aber meine warum warum geht man warum geht eigentlich meine queen kaputt ach so der x-bogen ballert da drauf und die gegnerische queen da oben ach so jo aber pelomeino ist noch mit am start hier und halt hier auch noch brav mit aber jetzt ist auch so pelomeino weg also damit meine ich dieses komische einhorn was eben noch geheilt hat das springt auch auf andere auf andere auf andere truppen dann übrigens über habe ich jetzt auch mal mal mitbekommen habe ich noch gar nicht gar nicht so gesehen aber hier unten habt ihr gerade gesehen der worden reist ist hier unten tatsache und dann war es am ende eigentlich nur ein zeitfehler also ein time fail nicht richtig gesehen habe ich nicht richtig gesehen ärgerlich sehr sehr ärgerlich aber ich meine es ärgert mich nicht wirklich also klar so ein angriff ärgert ärgert einem natürlich schon aber hier oben in den bereichen hätten wir doch ein bisschen bisschen mehr machen können und so schlecht waren wir eigentlich gar nicht denn mit zwei sternen hier im 14er bereich ist man glaube ich im moment zumindest was unsere leistung angeht ganz gut bedient also besser zumindest als ein einsterner und so einen richtigen fail hinzulegen ich muss sagen meine base vom avatar hat an diesem tag allen stand gehalten jeden 13er und auch jeden 14er das fand ich sehr sehr nett denn die wurde am ende noch mal so richtig heftig angegriffen von den von den 14ern auch es war knapp ja es war knapp aber der letzte stelle wollte einfach nicht fallen und auch hier hat sexpistole so ein bisschen bisschen pech dass die heiler ja auch auch switchen zwei sind da oben auf dem auf der pecker dame und zwei oder drei sind hier unten in der mitte weiß nicht ob das jetzt flug oder segen war aber auch hier war der weg zum rathaus natürlich sehr sehr weit karre fährt aber gut durch und was ist das das ist ein pecker bobett sehe ich jetzt gerade okay pecker bobett im rathaus 14 bereich geht scheinbar immer noch aber ist nicht so im rathaus 14 bereich oder 13 und 14 bereich ist es nichts nichts für mich das müssen andere machen im rathaus 11 bereich nämlich die durchaus sehr sehr gerne aber im rathaus 14 bereich habe ich die ich noch nicht so angewendet und sehr ärgerlich dass er da unten so viele bets vor allen dingen verliert wie holt er sich eigentlich noch den zweiten stern das muss man gerade gucken der roll champion ist da am start kann auch noch kann er auch noch zünden und der uhr ist dahinter okay der macht natürlich noch ein bisschen ja der macht ein bisschen mit schaden so geht es ich habe ja auch noch nicht jeden angriff gesehen also ist das jetzt mal so ein bisschen live nachdokumentiert vom hier okay sehr sehr cool ja ich wollte euch ein bisschen was zeigen dass wir in jedem fall mal wieder am start sind clash of clans ich habe jetzt auch soweit es geht alle meine alle meine tools wieder gefixt dass ich auch wieder live gehen kann denn das ist mir gestern abend nicht gelungen also man sollte denn doch schon vorher mal testen ob irgendwas vielleicht nach so langer zeit nicht geht meine ganzen autorisierungen waren natürlich abgelaufen auf twitch die halten ja immer nur 30 tage und irgendwas passt mit meinem stream schüssel nicht den hat das programm auch nicht genommen so dass ich dann irgendwann entnervt gegen 10 uhr dann aufgegeben habe habe noch meine angriffe gemacht und das war es dann habe die ursachen forschung denn heute morgen erst betrieben und habe aber den vermeintlichen fehlerruhe von und es sollte eigentlich wieder laufen ich meine die aufnahme läuft ja auch und ich nehme er mit dem gleichen programm auf mit dem ich vor allen dingen auch stream naja wie gesagt ich war es diesmal nicht hier unten hat man glaube ich etwas leichteres spiel guck mal eben matterhörnchen ratos 9 richtig wir haben einen ratos 9 dabei gehabt sehr sehr cool weil die tage kam übrigens wo wir gerade beim ratos 9 sind die frage auf was ist mit dem clan free to play ja der clan free to play leute switchen wir die tage auch mal rein ist guter dinge dabei ich glaube eine nette eine nette zweistellige siegesserie ist da sache aber sicherlich war die frage dahingehend dass ich auch da wieder grün bin mit einigen accounts ich glaube nicht mit nicht noch nicht mit allen aber mit einigen habe da auch meine angriffe ganz ganz brav gemacht und kann jetzt glaube ich auch loten aber matterhörnchen hier schnappte sich hier in den neuen ich meine und 29 zu haben oder überhaupt auf beiden seiten zu haben ist natürlich auch ich will jetzt nicht sagen luxus aber der neuner hat auch matterhörnchen gedreiert also mit einem was ist das ja eigentlich ach so mit pecker okay war das ein go so ein halber go weibner so irgendwie sonne ohne 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 go er hat dahinten jete drin gehabt in der clanburg okay und der jete geht stück für stück mit dem mit dem king durch eigentlich hatte ich an der stelle schon gedacht das wird nichts mehr ich meine sonne base kannst kannst du auch irgendwie mit drachen machen oder hat so kleine so kleine luftabwehrchen da das ist ja quasi mal gar nichts kriegen jetzt leider nicht mehr zündbar aber das ist auch ich sehe gerade das sind gepimpte truppen also gerade mal so neun denke ich mal der matterhorn in der sechser queen und einer siebzehner könig da sind für plus fünf drin und da muss jetzt hier noch mal der der king reißen und auch der pecker das war doch eine ganz ganz schön enge kiste da sehe ich jetzt gerade am ende barbaren sind alle weg und der jeti tankt tankt aber sehr sehr gut im moment hängt nicht der jete sondern der pecker dame ich glaube die pecker dame kriegt kriegt er den ganzen schaden ogen noch mal ein kleines böhmchen aber schön die beiden magier dahinter gehabt echt mal gehabt dass die nicht geswitcht sind und es gab auch kein flächenschaden mehr hier von der von der ecke gab ein bisschen lack gehabt okay jetzt jetzt gibt es jetzt gibt es den schaden aber vom turm auf vom turm auf 1 war das also auch hier im rathaus neuen bereich durchaus verdiente sterne wir sind jetzt wieder im nächsten ck und müssen müssen aber noch ein bisschen arbeiten an uns also ich will auch nicht an schuld sein wenn wir die klatspiele nicht schaffen zwei tage 21 stunden noch ich habe aber mit diesem account schon tausend punkte gemacht mit torsen habe ich noch gar kein doch mit torsen habe ich glaube ich auch schon ein paar punkte gemacht aber so ein paar tausende von punkten müssen hier noch irgendwie reinkommen und was habe ich denn eigentlich am start wo ich habe auch so ein art smash am start dann nehmen wir uns doch mal ach wir nehmen wir nehmen das mal so glaube ich aber ich brauchte nicht max dann kann ich die gerade mal mit dem donnerbengel spenden doch mal hier eben noch ein live farmangriff ich wollte gerade sagen der tote findet kein gegner doch der foto findet doch noch ein gegner ich nehme mir ich nehme mal den vierzehnter hier das ist gerade so ein vierzehnter also ist ein rathaus 13 mal gerade so gemacht und dann gehen wir mal rein so oder machen wir das mal so 1 2 3 ganz oft und jetzt habe ich natürlich hier schon royal champion auf mir das ist aber nicht so schlimm der hat oder ich wollte gerade sagen der hat die hat nicht so viele treffer punkte und meine queen geht schon mal in die richtige richtung mal sehen der mauerbrecher hier mit kommt er noch durch jawohl der kommt auch durch perfekt sehr schick da ist ein multi 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 ein bisschen üben hier ein bisschen üben hier mit dem zauber werfen ich habe übrigens noch ich habe doch noch ein clanspiel mitgenommen ich habe doch noch ein clanspiel mitgenommen das wird jetzt ein bisschen viel da das wird jetzt gerade ein bisschen viel da das wird meine queen womöglich nicht schaffen oder ja die muss ich die musste ich jetzt leider schon zünden ist aber nicht so schlimm wir gehen hier rein oh ich hätte es in worten setzen müssen ist immer das gleiche immer das gleiche mit mir so ringbase oh gott oh gott ok ringbase alles klar und ich musste eben mal schützen gehen die jetzt da rein oder gehen die da jetzt eher nicht rein doch die gehen da rein und sind da noch ein paar meiner in der mitte das sieht ganz gut aus den habe ich den habe ich jetzt mal den habe ich jetzt mal wirklich verworfen muss ich mal so sagen den habe ich jetzt echt mal verworfen schaffen die auch das kommt und der world champion in der mitte rathaus weg schaffen die nicht okay ich kriege den ganzen lohn aber ich schaff's rathaus nicht aber ich muss auch nur gewinnen glaube ich oder ein stern machen oder sowas ich musste irgendwie heilzauber nutzen das habe ich ja gemacht okay 14 ist also doch noch ich will nicht sagen nur noch mal zu hart aber ich glaube ringbases sieht man im moment sehr sehr häufig kann das sein also auch in den klarkriegen in den bereichen da sind wieder so ringbases so so in sag ich mal und und okay das haben wir drin eins von zwei ja das passt kann ich noch ein bisschen nachbauen hier und mache hier mal ein bisschen sorge hier mal ein bisschen für ordnung also wir schaffen in jedem fall die klanspiele denke ich mal zweimal 4000 oder 3000 noch von mir dazu 4000 noch mit dem thorsten werde ich irgendwie machen und dann sind wir ja schon fast bei 40 50 glaube ich haben ja 50.000 um hier auch den letzten pot abzugreifen ist das eine dunkle rune sehr krass sehr krass ich brauche noch drei level hier das heißt zweimal hämmern und einmal level aber hier ich glaube hier gab es doch auch eine dunkle rune oder täusche ich mich da aber die gab es erst ganz 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 am ende ich hoffe ihr hattet ihr hattet ein schönes video und einen schönen einstand wieder von mir also ich bin wieder am start was das selber spielen angeht also nicht nur zeigen sondern auch selber spielen selber wieder in den cks dabei sein und freut mich freut mich schon ein bisschen drauf natürlich auch wieder live zu kommen und wie gesagt gestern abend der patzer ich war ich hatte es eigentlich vorher schon geschrieben dass ich live gehen will dann will ich live gehen und war den ganzen tag nicht hier am rechner und kommen ihr abends dann an ich meine das ist ja auch eigentlich meint mein eigener bock und mache ich mache hier alles an und hier geht nichts weil es läuft aber er läuft nicht ich sehe nichts und die autorisierung im hintergrund funktionieren alle nicht mehr ist jetzt aber alles gepatcht wir sehen uns dann in den nächsten tagen in jedem fall wieder auch aus dem klaren free to play hatte ich eben schon gesagt ich wünsche euch weiterhin eine schöne kurze woche bis dahin euer toto prächt